Hallo bei Selbstorientiert! Machst du demnächst dein Abitur? Willst dich jetzt optimal auf dieses Abitur vorbereiten? Dann haben wir für dich die optimalen Lernhilfen für dein Abitur jetzt in der Videobeschreibung verlinkt von uns für euch. Das folgende Video ist für euch ein Zusammenschnitt aus dem Wichtigsten, was für euch relevant ist, nachdem ihr auf dieses Video geklickt habt. Dabei ist das gesamte Video jetzt in der Infokarte verlinkt und folgt auch nachdem ihr den Ausschnitt aus diesem Video gesehen habt. Viel Spaß beim Video! Wir fragen uns ja heute, was ist der Wirtschaftsstandort Deutschland und dadurch entwächst natürlich auch die Frage, was bedeutet überhaupt Standort Deutschland? Man hört ja häufig diesen Begriff, beziehungsweise dieser Begriff wird häufig auch in den verschiedenen Büchern, verschiedenen Texten und auch natürlich in den verschiedenen Aufgaben in einer Klausur in Sozialwissenschaften oder Politik genutzt und dementsprechend sollten wir uns das näher angucken. Grundsätzlich ist es so, dass ein Vergleich der Wettbewerbsfähigkeit eines Standorts gegenüber anderen Standorten nach entsprechenden Kategorien stattfindet. Ein Standort beschreibt dabei letztendlich einen Ort, an dem gewisse Firmen, aber auch verschiedene Menschen, Bürger und Bürgerinnen letztendlich eine Existenz aufbauen können und von dort aus dann bestimmte Dienstleistungen beziehungsweise bestimmte Lebensweisen ausüben können. Das heißt, hier geht es wirklich darum, dass man vergleichen kann, wie beispielsweise Verfügbarkeiten von gewissen Kriterien vorhanden sind, um dann entsprechend nachweisen zu können, wo ein gewisser Standort sicherlich sinnvoll ist. Das heißt, hier geht es letztendlich darum, um international zu vergleichen, welche Wettbewerbsfähigkeit ein gewisser Standort hat und dabei richtet man sich nach entsprechenden Kategorien beziehungsweise Kriterien. Diese Kriterien werden wir später noch erläutern. Grundsätzlich ist es aber dabei so, dass man hier insbesondere die Kriterien wie zum Beispiel Technologie anwenden kann. Das heißt, wie ist ein technologischer Fortschritt in einem gewissen Land vorhanden, um dann entsprechend diesen ausüben zu können. Das heißt, hier geht es letztendlich um nichts anderes, als darum zu gucken, inwiefern sind bestimmte Standorte wettbewerbsfähig und beim Begriff Standort Deutschland guckt man sich natürlich die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands an, die gegenüber anderen Ländern dann verglichen werden muss. Wichtig ist dabei, dass letztendlich Standorte, Wirtschaftsstandorte auch kleiner gefasst werden können. Das heißt, es können auch entsprechende Regionen sein oder eben auch entsprechende Städte. Hier in diesem Fall setzt man aber diesen Länderrahmen. Das heißt, man guckt sich an, wie schneidet Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern ab? Was kann man da an gewisser Wettbewerbsfähigkeit nachweisen? Wichtig ist dabei, dass nicht ausschließlich wirtschaftliche Faktoren, sondern auch politische und gesellschaftliche Faktoren eine Relevanz haben. Das heißt, um den Standort Deutschland zu beschreiben, um einen Wirtschaftsstandort zu beschreiben, zieht man nicht nur wirtschaftliche Faktoren ran, sondern geht natürlich auch auf politische und gesellschaftliche Funktionen und Faktoren ein. Wichtig ist dabei, dass man diese korrekt einordnet und bei den jeweiligen politischen Entscheidungen und gesellschaftlichen Entscheidungen dann darauf eingeht, inwiefern diese eine entsprechende Relevanz beziehungsweise diese entsprechend relevant sind für die Gesellschaft und auch für das Unternehmen. Das heißt, hier geht es wirklich darum, dass man auch in anderen Dimensionen unterscheiden kann, wie wettbewerbsfähig ist man. Denn man kann sich das ganz einfach vorstellen, ein Unternehmen ist ja nicht nur wirtschaftlich abhängig von dem jeweiligen Standort, sondern insbesondere die Mitarbeiter, die dort leben, haben auch ein gesellschaftliches Interesse und müssen dementsprechend auch gesellschaftlich integriert werden können. Und das geht natürlich an Standorten mit einer gut funktionierenden Gesellschaft besser als in einer eher schlechter funktionierenden Gesellschaft. Und natürlich auch politische Faktoren, wie beispielsweise die politische Stabilität, kann immer ein sehr entscheidendes Kriterium sein, wenn es darum geht, zu vergleichen, inwiefern Unternehmen bestimmte Standorte aussuchen. Ausschlaggebend ist das Ganze dabei für Unternehmen, diesen Wirtschaftsstandort zu bestimmen. Das heißt, ich hatte es gerade schon einmal angesprochen, warum das Ganze interessant sein kann mit den entsprechenden Faktoren. Wichtige Entscheidungen werden dabei getroffen, unter anderem über Arbeitsplätze, Steuergelder und Perspektiven. Das heißt, wir haben hier eine Korrelation. Einerseits interessiert natürlich die Unternehmen, wie ist der jeweilige Wirtschaftsstandort aufgebaut, inwiefern kann dieser Wirtschaftsstandort eine gewisse Relevanz für mich als Unternehmen aufbauen. Andererseits entwächst natürlich auch die Bedeutung für den jeweiligen Wirtschaftsstandort, insbesondere natürlich für die politische und gesellschaftliche Funktion. Denn hier geht es natürlich darum, entsprechende Arbeitsplätze zu nutzen, die Arbeitsplätze, die einer Bevölkerung dann letztendlich auch einen gewissen Wohlstand sichern. Die Verteilung von Steuergeldern, beziehungsweise die Einnahme von Steuergeldern ist natürlich enorm relevant und steigt natürlich mit neuen Unternehmen, die in einem Wirtschaftsstandort ankommen und entsprechende Perspektiven. Das heißt, wenn man bestimmte Unternehmen nachweisen kann, kann man natürlich auch mehr Bürger und Bürgerinnen für sich begeistern, kann auch neue Bildungsinitiativen starten oder beispielsweise neue Investitionsprogramme in verschiedene Infrastrukturen starten. Dementsprechend letztendlich auch ein Perspektivwechsel, der hier durch den Wirtschaftsstandort, durch die Wettbewerbsfähigkeit und durch Unternehmen letztendlich gesichert wird. Und damit ist jetzt das Video eigentlich vorbei. Wir haben für euch jetzt die wichtigsten Informationen rund um das Thema zusammengefasst, aber wir möchten euch nochmal ein wichtiges Video an dieses Video anhängen, damit ihr nochmal eine Gesamteinordnung in das Thema bekommt. Das heißt, für euch folgt jetzt nochmal ein inhaltlich relevantes Thema. Falls ihr daran auch interessiert seid, bleibt einfach dran und dann könnt ihr euch auch ein bisschen weiterbilden. Viel Spaß mit dem Video. Wir fragen uns jetzt natürlich auch noch, was ist der Standortindex? Und der ist in Deutschland natürlich besonders interessant, beziehungsweise der Standortindex erfährt in Deutschland eine gewisse Relevanz. Denn hier geht es darum, die Bewertung der einzelnen Standorte weltweit durch das Institut der deutschen Wirtschaft vorzusehen. Das heißt, hier findet eine Bewertung durch das Institut der deutschen Wirtschaft statt. Das ist ein sehr renommiertes Institut, was dementsprechend auch eine gewisse Relevanz hat, auch im internationalen Rahmen, aber insbesondere natürlich auf nationaler Ebene. Und diese bewerten einzelne Standorte, also einzelne Wirtschaftsländer, gegenüber den anderen. Und insbesondere wird natürlich hier Deutschland auch besonders gesondert betrachtet, um entsprechend die Wirtschaftswettbewerbsfähigkeit hier nochmal nachweisen zu können und ja, entsprechende Möglichkeiten haben. Dabei findet das Ranking nach Infrastruktur, Markt, Ressourcen, Wissen, Governance, Kosten und auch einer insgesamten Einschätzung statt. Interessant sind diese Kategorien insbesondere, weil sie ein gewisses Ranking ermöglichen nach wichtigen Faktoren. Infrastruktur meint dabei insbesondere die Verfügbarkeit von beispielsweise Autobahnen, die zu einer Logistikkette ermöglichen, aber auch natürlich Strom, Wasser. Also die Basics können da auch eingezählt werden. Kann aber auch insbesondere auf gewisse Bildungseinrichtungen schließen lassen, aber auch entsprechende Anbindungen an verschiedene Güterzüge, Güterströme. Und das kann natürlich dann auch insbesondere mit Häfen gesichert werden, mit Flughäfen. Also die Verfügbarkeit von gewissen Routen ist natürlich hier auch gemeint. Der Markt meint letztendlich eine Verfügbarkeit von gewissen Ressourcen, die letztendlich auch in der Kategorie Ressourcen wiedergefunden werden kann. Also die Stabilität eines Marktes, die Wirtschaftsmäßigkeit eines Marktes und inwiefern diese eine gewisse Relevanz hat für die Unternehmen, die sich dort ansässig machen wollen. Dementsprechend kann es hier natürlich auch darum gehen, inwiefern bestimmte Produkte verkauft werden können. Ressourcen meint letztendlich die Verfügbarkeit von Ressourcen. Das kann natürlich einerseits sein, dass man gewisse natürliche Ressourcen hat, die einfach in den natürlichen Ressourcen dann sozusagen vorkommen. Das kann aber auch meinen, dass man entsprechende Ressourcen ständig verfügbar hat, dadurch, dass die Anbindung insbesondere gut ist. Wissen ist logischerweise ein Messgrad, nach dem man insbesondere auf die Bildung eingehen möchte. Governance meint die Stabilität der Politik beziehungsweise politische Entscheidungen generell. Inwiefern findet hier eine Möglichkeit statt, diese Politik einzuschätzen. Und dann haben wir natürlich noch die Kosten. Das heißt, hier geht es darum, wie teuer ist ein gewisser Wirtschaftsstandort. Und dann findet durch das Institut der deutschen Wirtschaft auch immer eine insgesamte Einschätzung statt. In dieser insgesamten Einschätzung verbesserte sich 2016 Deutschland stark, insbesondere im Vergleich zu den Vorjahren. Deutschland hat sich dort einige Plätze nach oben gekämpft. Das Einzige, was immer wieder heraussticht, ist die Kosten, also die jeweiligen Kosten für das Unternehmen als Wirtschaftsstandort Deutschland zu wählen. Also hier haben wir insbesondere bei der Infrastruktur ist Deutschland sehr stark. Beim Wissen ist Deutschland auch relativ weit vorne. Und auch bei der politischen Stabilität kann man in Deutschland viel positive Seiten aufzählen. Das sind also sehr wichtige, maßgebliche Verfügbarkeiten, die Deutschland vorweisen kann. Deutschland ist aber insbesondere als Wirtschaftsstandort sehr teuer. Das kommt einerseits durch die verschiedenen Steuern zustande. Andererseits kommt es aber auch zustande, dass wir ein relativ hohes Lohnniveau haben. Das heißt, dadurch, dass natürlich die Unternehmen relativ viel zahlen müssen, kommt es letztendlich dazu, dass die Kosten sich da aufaddieren mit den verschiedenen Steuern, die auch gezahlt werden müssen. Und das kann natürlich ein Standortindex auch relativ teuer machen beziehungsweise weniger attraktiv machen. Und das wird in diesem Standortindex dann entsprechend auch berücksichtigt. Und damit soll es letztendlich gewesen sein. Kurz zusammengefasst geht es beim Standort Deutschland einfach um einen Wettbewerbsstandort, der anhand von wirtschaftlichen sowie politischen, aber auch gesellschaftlichen Faktoren gemessen wird. In einem Standortindex der deutschen Wirtschaft beziehungsweise vom Institut der deutschen Wirtschaft wird das Ganze nach Infrastruktur, Marktressourcen, Wissen, Governance, Kosten und insgesamt auch nochmal eingerankt. Da ist Deutschland relativ stark, hat nur ein Problem mit den Kosten beziehungsweise das ist natürlich der entscheidende Punkt, der für viele gegen den Wirtschaftsstandort Deutschland spricht. Interessant ist das insbesondere, sich Wirtschaftsstandorte anzugucken, weil das ausschlaggebend ist für entsprechende Unternehmen, die dann zu dem jeweiligen Wirtschaftsstandort gehen. Und hier geht es insbesondere um die Entscheidung über Arbeitsplätze, Steuergelder und Perspektiven. Und damit soll es es mit dem Video gewesen sein. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir freuen uns riesig, dass ihr wieder eingeschalten habt. Falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Gerne könnt ihr unseren Kanal auch kostenlos unterstützen, indem ihr ein Abo dalasst oder einfach mal in verschiedene andere Videos reinschaut. Ansonsten haben wir die Bücher zu dem Thema jetzt in der Videobeschreibung verlinkt. Falls euch die interessieren, klickt da gerne drauf. Die sind sicherlich sehr hilfreich, wenn es um die Vorbereitung aufs Abitur geht. Und dementsprechend wünschen wir euch jetzt ganz viel Spaß beim Entdecken dieser Bücher als Taschenbuch oder auch als E-Book und bei unserem Kanal. Ansonsten sehen wir uns zunächst wieder. Haut rein und ciao.